Ja, hallo Taddy, wir kommen zurück zuletzt bei GTA 4 und wir starten direkt mit der nächsten Mission. Hangout to dry. Ja. Genau. Wie gesagt, ich hasse Blatt, das ist einfach ein Arschloch und wir killen in irgendeiner Mission. Ja. Fahrer zum hässlichen Waschsalon, der mich anmuckt. Da brauchen wir zuerst mal einen Wagen. Und du bist gleich der Gewinner eines Autodiebstahls. Also du gewinnst eher mich, sondern ich profitiere. Scheiß Mucke aus. Hey, das ist ja gleich um die Ecke. Das wusste ich jetzt nicht. Oh. Wie geht die Langenhabe? wieder so ein Wagen ich nehm den Immo irgendwie, keine Ahnung, der ist schnell komm, auf geht's schnell in die Luft, ja wie sieht das aus? what the? ey, nee, oder? seltsin Scherz was war das jetzt? das Spiel will mich halt verarschen das Spiel will mich halt verarschen ich hab den Schmuck fast verloren, weil ich mich zweimal überschlagen hab, ey was soll der Mist? what the fuck? was geht denn hier ab, alter? hallo halt an, du und dann, ich hab heute eh keinen Bock hältst du dein scheiß Auto, oh man eh du ah, jetzt einfach cool, hat sogar geklappt so ein Sack wie gut, dass ich nicht zurückfahren muss was hab ich dafür gekriegt 50 50 100 Dollar hab ich nicht gekriegt einfach nicht einfach nicht dumm also das Gespräch zieh ich mit nur rein aber dann beende ich die Folge hier bei dem Punkt und dann sag ich rein gehen und wieder schauen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder zu Let's Play GTA 4 ja 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 ja